Gerd, wichtiges Tor zum 3 zu 1 gemacht heute. Wie wichtig war es für dich persönlich, das heute zu treffen? Wie wichtig war dieses Tor? Es ist immer schön für einen selber, wenn man trifft. Für uns war es wichtig, weil es uns noch ein bisschen einen Vorsprung gab. Wir waren dann zwei Tore vorne. Es war vielleicht auch ein kleiner Wendepunkt im Spiel. Es hat sich ein bisschen runtergedrückt, aber es war ganz wichtig, dass wir das Spiel heute zu Hause gezogen haben. Wir waren uns den Fans schuldig, wir waren uns selbst schuldig, wir haben wirklich hart gearbeitet die Woche. Ich bin echt glücklich, dass es heute geklappt hat. Speziell deine Reihe war ein Unruheherd, wenn ihr da draußen wart. Da geht es schon, da hat es schon geklickt? Für uns ist es wichtig, dass wir das ganz einfach spielen, wenn wir da draußen unseren Job machen, dass es für die anderen ungemütlich ist. Wenn wir das schaffen, dann ist es schon mal gut. Was nimmst du mit aus diesem Spiel heute für das kommende Woche? Auf jeden Fall viel Selbstvertrauen, dass wir auch Spiele ziehen können, auch wenn es mal eng wird. Wir müssen jetzt einfach weiter arbeiten und schauen, dass wir das nächste Wochenende fortsetzen können. Gut. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.